hallo leute das wird eine video antwort für das also für die giveaway aktion von prana 120 für seine reaktion 100 apps erstmal herzlichen glückwunsch für die 100 apps jetzt sind es glaube ich ja 122 herzlichen glückwunsch ja ich habe dich schon seit langem abonniert irgendwie also ich mache jetzt nicht nur weil es nicht mit also ich habe dich schon länger abonniert ja du hast uns eine challenge gestellt welche drei messer wieder mitnehmen würden wenn es bei uns brennen sollte also bei mir hat es vor einem jahr vor einem jahr gebrannt und also ehrlich gesagt hatte ich da gar nicht den kopf irgendwie was mitzunehmen ich hatte portemonnaie irgendwie glaube ich dabei personale ausweis und krankenkarte und so und schlüssel aber das war es eigentlich doch ein taschenmesser also das edc hier welches ich jetzt da hatte ich weiß es nicht mehr aber wir sollten ja erzählen wenn wir noch zeit hätten sprich drei messer welche uns wichtig wären also da habe ich dann gleich mal so überlegt und es war mir eigentlich schon gleich klar welche ist und zwar einmal das caber usmc das full size das mit der großen klinge weil aus zwei gründen grund eins ist das hat mir meine freundin geschenkt und grund zwei das ist wirklich ein allzweckmesser also ich habe damit wirklich schon echt alles gemacht mit dem teil und es hält hält und hält die beschichtung habe ich irgendwann runter geputzt jetzt ist da eine patina drauf sieht man es hier ein bisschen licht also so hier unten damit habe ich nägel in der wand gehauen und aus dem armband einen uhrenstift raus gehauen ohne quatsch ist das funktioniert ja also wie gesagt deswegen würde ich das mitnehmen ja das andere ist edc dass das back 110 das ist eh dann wenn ich noch zeit hätte mir die hose anzuziehen um rauszurennen das wäre dann eh dabei halt das edc taschenmesser und last but not least das ist das victorinox ist x tool und zwar das messer das habe ich schon seit 2013 ich habe seit 2000 etwa und wurde halt general überholt von victorinox und ich glaube in dieser ich sag mal war art und weise wie es jetzt hier so ist wird gibt es das so nicht mehr dass das hier noch so ich sag mal also diesen typos also ich habe jetzt hier zum beispiel bei amazon oder auch bei victorinox selbst spirit gesehen die sind so abgerundet und so aber so klobig wie das ich weiß nicht ob es das noch gibt ich habe es nicht gesehen wie gesagt es ist ja da ist schon viel wasser den bach runtergelaufen das ist wirklich ein oldtimer na oldtimer nicht aber es ist es ist sehr altes victorinox ja ja das wären so die drei messer die ich mitnehmen würde die ich retten würde also flammen hoffentlich passiert das nicht also nie wirklich toll 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 ja gut das ist meine video antwort dazu und auf die nächsten 100 ok das war es dann von mir und tschüss wir machen was aus naja hier